Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wie immer steht da genau auf einem Haufen. Was war denn Scheiß? Heute mit dem Crazy Dragon und dem Epic-Filipi. Der. Komm her. Der Name muss program sein. Also, und der. Das war mal wieder viel zu kurz. Ich hab schon getroffen. Kling ist ein Bongbong. Ich hab den komischen Namen getroffen. Ich hab den komischen Namen getroffen. Ich auch nicht. Wieso schieß ich eigentlich immer auf ihn anders als ihr? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist blöd. Aber du kannst das Ding gar nicht gleich level, das ist schick. Du kannst... Du hast das Feeling. Das Problemchen, dass ich jetzt so gut wie nicht mehr fahren kann, weil die Punkt geht. Ich kann auch nicht fahren, wo soll ich den hinfahren? Nach Frankreich vielleicht. Ja, das könntest du machen, aber ich glaube, das willst du nicht. Jetzt nicht. Wieso nicht? Guter Argumentation. Doch, den Franzosen. Ja, da bin ich auch gespannt. Ob das wohl trifft? Ach, scheiß drauf. Ja. Was soll das? Ja. Bombtrepsen. Du hast noch mal wieder voll daneben. Mal wieder reinkommen. Tränen wir die Scheiße. Aber das bin ich ja gewohnt. Kennys? Nein, kein Kenny. Das müsste eigentlich mal Frank schreiben oder sowas. Ey. Frank. Oh. Alter, älter Falter. Alter, älter Falter. Die Klatschen. Die Klatschen. Die Klatschen. Du hast schon sein Schild vergeigt. Das.. ...müsst du eigentlich dann. Voll gut. Nehmen wir mal das hier. Wenn ich eben so viel zu kurz schieße, dann schieße ich jetzt zu lange. Hoffentlich kann der nicht fahren. Ja, genau wie… jeder kann nicht vorhanden so er erklärt ich habe das eigentlich nicht erwartet so ein aber egal da kann man einfach mehr in die granate ein konnern musel hat ja konnte er auch fahren um ein gar umgekehrte treffen nämlich immer wieder woanders entstellt so ist nämlich das hier ich nehme das ich nehme das das auch ähnlich mit dem Ding wenn ich treffe aber ich habe das schon mit oft mit dem Baden 90 604 ich habe schon oft getroffen hat hier noch das könnte was bringen wenn die so bleiben was ist das 608 hat noch 600 entweder treff ich beide oder gar keinen das wird 110 nicht schlecht der komische Jockey hat auch nicht mehr so viel Leben erst mal muss ich den vernünftig treff los komischer Jockey alter Volta das ist die falsche Sniper gewesen ja ich will die aufheilen ja das ist doch nicht so schlecht egal gibt es halt ich nehme gleich das hier das Vieh schon wieder Kenny wer ist Kenny ich hatte die Sendung der auf Hoffnung wieso haben wir ihn noch nicht getötet vielleicht kennen sie sich hier mit äh das muss jetzt aber einfach sein wer ist Kenny du welche Eltern würden ihr Kind Kenny nennen nachdem die Serie draußen ist das weiß ich auch nicht je naja fast getroffen immerhin habe ich zwei erwischt ich habe gar nichts getroffen er wird kuscheln kommen von mir aus wenn du Spaß dran hast ja ich habe auch IQ äh da diskutiere ich mal lieber nicht drüber GDF der Arme kriegt wieder alles ab hier ja das ist nicht so toll ja du nimmst das ja auf ich muss mich da nicht drum stören ja es kommt ja bloß auf auf meinem Kanal ne ja ja dem Ding kümmere ich mich alleine das hat er schon richtig gemerkt das kriege ich auch ganz gut alleine hin ja da vorne ist auch fast im Arsch aber leider seid ihr beide auch schon fast im Arsch ach ja jetzt mach doch mal eine Weiche wegkontakt ihr könnt ey naja bist du tot oder qualmt das nur? das da Wut ja was das könnte Lisa sein die Rede braucht so eine Form dazu ja na immerhin ist der Bergweg da muss für den Anfang gar nicht mal so gut nein ich kenne nur für den Anfang erstmal nicht so schlecht kennst du das nicht? ja klar dazu noch oh crit crit for shit und wie immer kriegt der kleine alles ab ich bin nicht so klein sicher ja ja na was hab ich noch ich hätte erwartet dass wenigstens mal eine von den scheiß Viechern des Doppelding reinfliegt ja aber nein sie haben sich nicht mal den Gegner vernünftig getroffen wenn ich das abkriege kriege ich immer 100 Schaden aber so oh ho alle auf mich ey und weh auf mich wow ja da werden wir wohl nicht los hier einmal Schaden auf alle wow diese 600 weil Langeweile mein Freund wow eine Folge werden sonst viel zu kurz ja ja das ist das Problem jetzt hockt man schon wieder alle auf einem Arsch ich kann nicht fahren ich hab nur auf Glück und kann irgendeiner von euch fahren na ich hab auch nur auf Glück das weiß ich ich hab die schon bei GTA gesehen aber ja oh alter die machen mir so viel damage ich geh gleich nach Hause komm gib mir irgendwas schickes ja wenigstens hab ich auch wenn mir das aussehen dabei egal ist da versuch was wenn ich das Doppeldinge kriege macht das vielleicht Schaden wow ja das hat zwar ganz gut ausgesehen aber so bin ich getroffen warum ich bin stolz auf mich das ist nicht gemein weißt du das ich bin nicht gemein ich bin leider Gottes realistisch das ist schlimmer ein bisschen crack das hilft doch ihm alter ich bin gleich weg da musst du halt umdrehen achte ja krill gleich weg vom Fenster die bitte sowieso nach die Runde so wie es ausschaut ja ja ich hab immer wieder ich hab jemand getroffen ja leider haben wir ja die Aufnahme von die Runde an den Kollegen die Kollegen abgeschossen hat ja ja es ist allerdings sie eigene Blödheit kreisige da kann ich nichts machen das die ist unheilbar okay m m r 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 als der B. Auf den wollte ich gerade schießen, die Idioten. Meine Fräse. Was kann ich denn überhaupt noch machen, was sonst irgendwie funktioniert? Ach, das ist einfach so blöd, die Idee, das muss funktionieren. Ja, ungefähr. Na, jetzt mach doch. Naja. Ich bin weiter unten. Ich bin ein Fan von der Theorie, dass die Leute mir sowas sowieso zu... Ja, okay. Ich versetze, ich hab's schon mal versucht, aber das ist mir viel zu blöd geworden. Na, klasse. Ah, es war langweilig. So, wie viel? Also, ich glaub, die Runde können wir... Ich hab auch noch die Hälfte. Ich glaub, die... Nächste Runde... Das ist vorbei. Ich auch nicht. Wer ist hungrig. Ich kann ja nicht mal Englisch. Ich versetze, Englisch zu morgen nicht. Stopp. Ja, das ist ja dann das anderes Problem. Ja. Wie wir hier. Wie wir drei. Die kennt mich wohl wirklich. Jill... Peanut butter jelly, fine. Wenn wir genau treffen. ja ich zu viel so weg, also lasst mich dran wieso sollten sie nicht, sie haben eben auch schon getroffen noch nicht ja ja, noch sind wir nicht bei GG, mal freuen doch doch, ich schon, noch 4 HP Leute hat jemand ne Waffe, die funktioniert das ist mit völligen Durst ich hab keine Waffe mehr ein, genau anvisieren kann ja das ist scheiße also, korrekt was ist das hier auch raus, das ist das hier real ciao, ciao Drachenmeister ich weiß nicht was, wenn du weg bist ne, 66 jetzt hör auf zu trinken, das ist furchtbar ja vielleicht kann ich sie so töten nur noch mit 28 aber du hast getroffen GG ja GG ja 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 der Kampf war super GG und der hat ja ja die Runde hat die Runde hat, die Runde hat losgegangen, die Runde hat gar nicht für die Stunde gedauert die Runde hat gar nicht für die Stunde gedauert ja na komm, hat Panacotta oder wie er heißt ne, nicht Panacotta doch, er hat noch Lust ja, die sind ja nicht geliebt ist das schon wieder schon wieder wieder gleich hinten no oh no ja, das kann ich genau, ich hab auch so'n Müll ja oh, meine Fresse, was hab ich hier mit Müll ja na, was soll's trotzdem ähm lass uns einfach gewinnen und weitermachen ich? ist dein Schild eigentlich irgendwie geschrumpft? ich dachte, du hättest mal mehr gehabt ja, wer sonst? bei uns anderen beiden ist das voll ach ja ich hab vergessen zu schießen oder noch selber ein 98 alter ich finde verdammt alter was haben wir denn so das da das uns Schwachsinn macht ganz gut äh, was sollte das äh, Büro ich hab's mir egal ich hab's mir egal mach einfach ja, ne wahrscheinlich ist das irgendeine Waffe, die auf englisch komplett andere heißt ouch ja, versuch das mal mit der Segel, so weit kann ich nicht fliegen ja wow dachtest du schon, dass das irgendwas sinnvolles hat, was ich hier gerade verkacke nicht mehr tre visible woher ich mag die Stärken die da direkt drauf schießen können ja und okay was ist her so jetzt kommt das Jahr ihr könnt nichts dagegen sagen Döner ist toll Döner bauen wir den Berg einfach ab ja das trifft sie jedenfalls kannst du sogar auch den Teamkuss schießen schlecht nicht schlecht wir spielen den Ball noch Schrott machen was haben wir sonst noch für einen Spaß ja ja wieso beschweren wir haben uns ein bisschen runter drüber ja boing 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 ja schön ihr eigener Mitfahrer statt mag ich also komisch ist der Ring habe ich auch oh nee wir gehen zu fällen den Ring da heißt aber Ringer funktioniert guter Grandios ja den Sohn zu benutzen ist viel einfacher als wenn du den oft versuchst auf den Gegner zu schießen 40 Schaden ist ja nicht so schlimm oder das wird schon hoffen macht schaden oder soll ich er auch mehr es macht den Ort haben die Sache mal kaputt ja mach machs au ein bisschen Spaß muss sein oh doch oh nein schießen wir wieder sinnlos nach oben wie viel ja ja auch 186 Stadet wir haben beide gerade auf den Jokovaci geschossen Witz ja 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 jetzt kommt Witz wahrscheinlich ja 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 und ja ich bin der es diesmal ist ziemlich fertig naja solange ihr den Typen da oben fertig kriegt wenn du eine Position hast ja das schaffe ich ich benutze jetzt eine Striper na klatschen ne habe ich nicht ich probiere es einfach mal ich glaube nicht dass das was hört das ist mir sowas von verdammt scheißegal Hauptsache wir treffen irgendwas das ist ich weiß dass die hat dann nicht da unten waren soll ich habe versucht den hinten drüber und hat hat er er hat die schlechte was sie geschafft der war hat und sehr geschaltet Pro und der Kumpel und jetzt habe ich gerade fressen man ich habe auch erst gemacht bevor ich angefangen habe zu spielen die Scheiß Position meine Scheiß Position Post ein Knall Durst das ist nichts neues ich habe nicht mal ja ich muss erst mal eine Scheiß Waffe stehen würde irgendwer vor mir stehen hätte ich vernünftige Waffen dafür aber irgendwie so um die Ecke ist Kacke so die Schlange ist doch toll ach das ist der andere dann habe ich sie ignoriert ich habe sie mir ignoriert vielleicht kriegen wir den wirklich noch platt den hier rohen Dings da ich könnte eine ganz große Angriff dagegen starten aber ich riskiere das auch an meinen eigenen Punkt das ist die Scheiß von dem Platz das streut alles so viel ja das braucht noch sowas von egal weil jetzt hauptsache wir treffen überhaupt was ein 3 zu 0 aus das gefällt mir jetzt ist die Wand weg so ja aber richtig verschissen tja das ist einfach verkackt aber da kann man nicht mehr ändern verschissen ist verschissen aber das wird wehtun vor allem mir ja immer noch getroffenen 20 26 30 ja nicht schlecht erspächt nur der jetzt dazwischen bleibt dann kommt man auch den paar Runden fertig ihn mein Leben so war er in meinen Jungen wir auch sind als alt dieser Name geht mir auch er auf das glaubst du gar nicht jetzt war schon dass das letzte heißen soll aber so dass wenn die immer auf ihn drauf schießen ich meine was soll ich dazu sagen die zum vorigen Prozent dauernd dauernd aber da dauert noch ein bisschen ich muss erst mal draht sie an das kriegst du schon noch hin immer noch ein paar Hälfte Prozent und kräftig noch mal hab dann ist das auch für mich und erledigt und jetzt auch schief da haben wir es hat 207 bei der Welt und wie viele auch die hat hier dann noch nicht so geht es so geht ja mein Freund was denn da auch nicht gar nicht mit dem buch und den typ brauchst du nicht ins Visier neben der Krieg schon versuche ich mal den welchen jetzt mal Heavy-Naphyl muss erreichen wenn dann noch ein Punkt übrig bleibt dann ist das auch scheißegal ja gut getroffen mit dem Bastard mit dem Bastard auch jetzt haben wir den scheiß mal anderswo ich hab nicht doll ja oh nein ja 30 er hat aber nicht so viel Schaden gemacht es hält sich nur in Grenzen aber was aber diesmal gekriegt Geister aber das habe ich nicht gehört ich bin aber noch für Kartoffelsalat du bist so ein bisschen durch mein Freund durch ich habe heutige Arbeit vielleicht deswegen er hat schon leider nicht der einzige du hast nicht gearbeitet aber das Schrappnel ist natürlich wunderbar abgeprallt wenn der ganze Boden weg fliegt ich danke mich dafür was schauen wir mal was wir sonst noch zu schenken haben das dann könnte gehen ein Geschenk haben uns zu schenken ja macht das Sinn und das war ein bisschen zu weit und ich habe mich mit Volkern und Alter hier haut der auch ziemlich viel Schaden rein gehauen er ist rausgegangen er hat drei so gibt er jetzt auf er war er gemerkt hat dass es keine Chance hat ja haben wir auch nicht aufgegeben was soll's na ich bin da Level Up war das so schick Charm Pit Bomb habe ich reigeschaltet gut das war diese Folge Shellshock Live habt ihr irgendwas noch letzte Worte was soll's okay ich sage tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal